... ... ... ... ... Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu ... ... Overcooked. Hallo! Die Lust ist groß, wir haben Spaß, wir wollen kochen. Abwart. Ich hab keine Ahnung was passiert. 200 Punkte. 200 Punkte wär... Okay. Nee, der Hajo will ich nicht sein. Ich bin wieder der Grumpy. Ich nehme die Katje. 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 Och nein, das ist wieder mit Geistern. Brötchen und Fleisch. Ich mache Fleisch. Mir nicht so viele Brötchen geben, ich kann die hier nirgendwo hinpacken. Ist egal, dann lass sie weg. Achso. Ihr bekommt das Essen. Wir brauchen eine Pizza. Ja, das hast du alles. Das ist du. Eins. Hier ist schon mal eine Tomate. Nein. Nee, Champignons brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch? Käse. Ach, scheiße. Abwarten. Die Wurst muss drauf, das muss drauf. Und der Käse, warte, den hole ich. Okay. Und wechseln. So, wir brauchen eine Tomate, einmal Käse und einmal... Ich bereite schon mal alles vor. Tomate, kann ich machen? Ich werfte eine Tomate... Ach nee, wir müssen das machen. Nee, wir halten sie bei uns, ja. 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 Da brennt es. Jetzt wieder ein Burger. Ein Burger. Ein Burger. Ein Burger-Brötchen hast du. Nein, ich komm. Wir haben die Pizza zum Abgeben. Äh, das... Nein. Geh bei uns ab. Hab ich jetzt gerade. Oh, 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 oh. Da kommt... Da kommt ne... Da kommt ne Pizza. Mit Käse, ja, nehm ich. Ja, da muss nur noch Tomate drauf. Oh, scheiße. Ich krieg keinen Salat, kein gar nix. Und ab in den Ofen. Eine Pizza. Wir können den Salat schneiden, ja. Salat schneiden und Fleisch. Brauche ich danach. Er ist schon geschnitten. Das wartet nur, dass ich sie rübergeben kann. Okay. Eine Pizza vorhin. Oh, ich hab hier Pizza abzugeben. Darf ich die dir rübergeben? Jo. Hast du nen Teller? Ja, der sollte drunter sein eigentlich. Okay, das sieht so aus. Oder nicht? Jo. Okay, hier ist einmal Salat. Einmal Fleisch. Gib ihm das Burger-Brötchen. Nochmal. Nochmal. Äh, zwei. Ja. Ich kann leider noch nichts sauber machen. Oh Gott. Nein, nein. Oh Gott. Nein, nein. Oh Gott. Nein, nein. Danke. Danke. Ich schicke euch nen Burger runter. Abwart. Mhm. Ich schicke euch noch ne Pizza runter. Und, äh, was brauchen wir noch? Wir brauchen... Ähm, 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 ja, die, das Ding bräuchten. Alter, scheiße. Okay. Okay, du kriegst noch ein Stück Fleisch. Ich brauche noch ein Stück Fleisch, genau. Und eine Tomate, glaube ich, oder? Das ist noch ein Stück Fleisch, zwei Stück Fleisch. Ich hole die Pizza raus. Ja. Oh Mist, wir haben keine Teller. Dann. Äh, wozu brauche ich die Tomate? Die Tomate brauche ich nicht. Äh, ich hab hier einen Teller gerade nur... Ah, Moment. Zweiten Teller. Boah. Gerade so noch rausgeholt. Ja, nimm den Teller und stell ihn da drauf, genau. Es kommt... Vorsicht, da kommt was runter. Da kommt was runter. Ja. Nehm ich. Das können wir direkt verkaufen. Das hat ein Teller, gell? Ja. Brauchen wir noch nen Burger? Ja, ne? Wir brauchen... Hast du noch nen sauren Teller? Wir brauchen... Nein, ich habe keine. Äh, ihr braucht nen Salat. Runter kommt. Den könnt ihr noch abgeben, da ist nen Teller drauf. Ne. Schaffen wir nicht abzugeben. Gib's mir, gib's... Schade. Oh, nur einen wieder. Wir müssen das nochmal machen. Boah. Wollen wir nicht ein leichteres versuchen hochziehen? Es gibt keine mehr. Pfff. Pfff. Aber dann vielleicht die... Also nicht das allerletzte, sondern irgendwie drei oder so. Ist ja nicht das allerletzte. Doch wenn du... Was? Doch ist es. Wir können gerne die Eislevel nochmal machen, wenn ihr Lust habt. Da haben wir auch... Keine Ahnung. Die Zweier haben wir. Ja wobei, hier haben wir einen Zweier. Zum Beispiel. Oh Gott. Wenn ihr meint. Okay. Oh, das ist ja egal. Du kannst nochmal wechseln. Jetzt bist du ganz raus. Jetzt bist du wieder da. So. So. Bärtiger Barlin. Abfahrt. Okay. Okay. Wir brauchen die Burger. Burger. Einmal Patties. Abfahrt. Einmal abholen, bitte. Einmal Dessa und ein Fleisch. Dessa. Abfahrt. Nimmst du das Fleisch? Ja. Fleisch müsste ich sogar eher nehmen. Ich geb's dir. Ja, ja. Du musst es nur hacken. Da kommen Sachen. Fleisch. Oh, oh, oh. Das ist zu schnell. Hier, guck mal. Du kannst Fleisch reinhauen. Ja. Okay. Okay. Dann... Ich leg mir schon mal ein paar Watt, was ihr braucht. Domate kommt da nicht dran. Oh Gott. Ich mach's dir auf dem Teller da drüben schon fertig. Genau. Der kommt da mit drauf. Kommt mit zweimal gegrülltes. Ihr braucht einmal Fleisch. Ja. Ich schick euch die Pfanne rüber. Wie gebe ich denn dir das? Einfach hinlegen, ja. Ja, sorry. Und die Pfanne auch gleich rüber, bitte. Danke. Pfanne zurück, ja. Das kann ich abgeben, oder? Ja. Ja. So, ich würde euch was rüber schicken. Ja. Wir brauchen Fleisch mit Pfanne. Oh ja, kriegt ihr. Warte mal, ihr kriegt erstmal Fleisch ohne Ende. Ihr könnt mir eigentlich das Fleisch erstmal rüber geben. Hab ich? Ja, bitte. Oh, das war ein bisschen zu, sorry. Alles gut. Alles gut. Äh, neues Fleisch kommt. Ich steh bereit, ja. Mach den gleich fertig, ja. Achso, jetzt höre ich zu früh. Yo. Dankeschön. Machst du, nur du kannst abspülen. Ja, abwart. Vorsicht, Pfanne kommt erstmal. Pfanne kommt, Nico, Pfanne kommt. Ja, 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 ja. Ich hab jetzt zwei Patties. Jo, bitte rüber. Pfanne kommt auch. Jo. Ich geb das jetzt einfach so ab. Und auch bitte. Neue Punkte. So, danke, ciao. Alex, ein dreckiger Teller noch. Jo. Tomate? Ja, haut drauf. Ihr kriegt gleich zwei Teller mit Patties. Jawohl. Eins. Wir haben hier einen dreckigen Teller. Ja, noch nicht. Abgeben. Noch nicht, noch nicht. Einer. Nur den zweiten. Ja. So, was braucht ihr? Einen Patty? Einen Patty habt ihr schon. Einen Burger und einen Salat. Einen Salat habt ihr. Bitte schön. So, danke und ciao. Genau, wir brauchen wieder Patties und Fleisch. Vor allem viel Fleisch, damit wir dir Patties geben können. Eins. Zwei. Wir brauchen nur eine Tomate. Ihr habt noch einen Teller da hinten rumliegen. Ja, geb ich dir. Danke. Abfahrt. Kriegen wir den sauberen Teller? Äh, ich tu den Patties drauf. Auf die, auf die sauberen Teller, okay? Mhm. Wir warten auf die verlassene Patties. Eigentlich müsste ich euch viel mehr Sachen abgeben. Achso, wir brauchen Burger. Das geht schon. Ja, wir brauchen die Brötchen, ja. Einen habt ihr. Ich geb das gleich so ab. Wir brauchen Punkte jetzt. Wir brauchen Punkte. Gib das so ab. Weg, 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 weg. Nein. Verdammt. Ah. Ich, ich weiß schon, was wir falsch gemacht haben. Ähm, oder was wir falsch gemacht haben, was wir besser machen können. Wir müssten, ähm, die Teller, wenn die bei mir sind, dann reicht das, wenn ich Burger und Patty drauf tue. Mhm. Und dann, ähm, macht ihr nur noch Salate drauf, was wir brauchen. Ja, ist richtig. Stimmt, genau. Also dann würden wir das so machen, ich schicke euch, ähm, ihr schickt mir die Teller rüber und ich euch erstmal Fleisch. Ja. Wir schicken dir gleich mal die Teller. Ja. Ist egal, wenn das Fleisch vorbeigeht, ist egal. Das hole ich mir schon. Ich hab's. Okay, sehr gut. So. Ich geb euch erstmal dreimal Fleisch rüber. Ja. So. Äh, komm. Achso. Jetzt mal ruhig rüber gehen, komm. Ja. Einmal rüber. Ja. Ja, hallo. Alles gut. Ja, komm. Dann einmal Tomate, einmal Salat. Alter, das ist halt dumm, dass du unten alles allein machen musst. Das kriegen wir hin. Er kriegt jetzt beides. Ich würde die einfach vorbereitet hier hinlegen und oben siehst du ja dann, ob du Salat oder Tomate brauchst. Ja, ich eke, oder? Soll ich schon mal die zusammenlegen? Kann ich das? Nee, geht nicht, geht nicht. Erst ein Burger kommt. Ja. Burger kommt. Burger. Nächster Burger. Sorry, sorry, sorry. Ja. Den kann ich dann direkt schon abgeben. Alles gut, hau rein, Alex. Sehr gut. Und dann gleich wieder Fleisch. Ich... Ja. Achso, ja, braucht ihr nicht. Alles gut. Tschu, 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 tschu. Alex und Johan kommen. Und die drei dreckigen Teller sind auch da. Boah, perfekt. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern. Wir haben einmal Fleisch verpasst. Wenn ihr so viel Fleisch reinhauen könnt, ist das super. Ach, das ist runtergefallen. Das... Ja, ich war zu langsam. Ich versuch das. Komm mal so. Fleisch zurück, okay? Ja. Schafft er schon. Meine Güte. Dann nochmal Fleisch hoch. Also, sorry, ich würde dich hetzen, aber ja. Ja, 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 ja. So, hier eins. Nehm ich. Und der nächste. Oder bei dir einmal Salat und dann abgeben. Hier kommt beides drauf. Zack. Zack. Wollen wir kommen. Zack. Okay. Oh, sorry. Alex, kannst du Fleisch nehmen? Äh, ja, wenn du den Paddy nimmst. Äh, den... Die Tomate ist jetzt leider... Da kommt nochmal Fleisch. Ist egal. Wenn... Wenn aber was verloren geht, ist egal. Äh, solange es nicht... Die Teller... Die dreckigen Teller kommen auf. Wenn du Gemüse für uns jetzt hast... Da... Ne, das... Das... Mach erstmal die Burger fertig, die du schon hast. Ja, ja, du... Ihr kriegt doch, ihr kriegt doch, ihr kriegt doch. Alles gut. Ich muss hier nämlich noch einen Teller waschen. Ich muss mich ja irgendwie beschäftigen. Hier. Eins Abfahrt. Zwei Abfahrt. Klar drauf und weg. Drei Abfahrt. Ich schmeiß euch Sachen nur drauf. Ne, ich stresst euch nicht. Wir haben's. Oh, den gibt ich jetzt so viel drauf. Wow. Megarock für das Todes. Megarock. Alex, es kommt Fleisch. Jo, danke. Und noch eins. Da ist alles runterfallen da hinten. Äh, die Teller kommen? Jo. Mal schauen, ob ich zwei schaffe. Okay. Oder auch nur einen, genau. Ah, das Fleisch wird nicht f***. Da. Schnell was. Gib was, gib was. Nice. Ah, okay, gut. Hammer. Hammer. Aber dicke. Aber wirklich dicke. Na, Koch. Quincy. Wir nennen den Quincy. Frau Quincy. Schaffen wir da nicht zwei Punkte bei dem, zwei Sterne bei dem Eisding? Haben wir nur einen? Ja. Bestimmt schaffen wir das. Wir können ja, wir können ja von Anfang an nochmal durchgehen. 3,20. Ach, weil's hier glatt war. Das sollten wir aber hinbekommen. Ne, mal die neue. Let's see. Oh, das war alles außenrum machen, oder? Ne, einer war drinnen. Ähm, ne. Oder? Berat, Fisch und Pommes. Okay. Fashion Chips, baby. Baba. Okay, wir müssen... Ciao, Alex. Nico, lach nicht so laut, weil... Ja, du hast was beim Schneiden. Einmal Fisch, nur... Nur Fisch, nur Fisch. Äh, genau. Ab in die Frittelle. Und einmal Fisch und Chips, Chips sind drin. Noch einmal Fisch, Bruder, ja. Boah, das steuert es. Ich hab schon, ich hab schon. Okay. Okay. Einmal Fisch ist fertig. Ich würde vielleicht einfach schneiden und ihr könnt spittieren. Ja. Abgeben. Du hast einmal Fisch schon, ja? Ja. Ciao. Tschüss, Nico. Ich weiß nicht, was du machst, aber du machst es gut. Danke. Alex, du kennst dich um die dreckigen Teller. Ja, okay. Okay, den Fisch brauchen wir zwar gerade nicht, aber... Ja, okay, da kommt wieder was. Ich krieg hier Kartoffeln. Ja, ja, alles gut. Mach du weiter, ich kümmere mich drum, dass die nicht anbrennen. Danke. Danke. Alex gibst du den Teller ab und zwar so, ohne ins Wasser zu fallen. Das ist ziemlich... Das ist nicht so einfach. Ich weiß, ich weiß. Was hast du denn? Nix hin. Hier, hast du... Nein! Nein! Komm ab. Legst du rein. Ich mach den Teller. Legst du mir rein. Hui. Ecke glatt. Wie viel Kartoffeln. Versuch. Legst du die hier an die Seite? Ja, 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 passt. Damit man so wenig wie möglich umecken muss. Komm. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, 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 ah! Hier, unten links ist das fertig. Vorsicht, nein. Da muss einer hin. Ich hab's, ja, ich hab's. Hier ist der Fisch. Das Kind hat die ganze Zeit weggerutscht. Ich nimm's mit. Abfahrt. An der Nordseeküste. Aber echt so, gell? Ist echt so. Den Leuten da oben ist auch kalt, gell? Nicht? Nein, nimm mich wieder. Ein Fisch. Einen Fisch in die Fritteuse. Yes. Und einmal Fisch und Chips. Ja. Ich hab hier jetzt auch Fisch reingepackt. Passt, alles gut. Alex, dreckige Fälle. Mach ich sofort. Einmal Fisch. Einmal Backfisch für den Herrn. Einmal Backfisch. Die Ecke gelegt. Ich höre. Diese Rumrutscherei, ey. Das, nochmal? Oh, sorry. Ich muss noch mal kurz drücken, so. Jo, ne? Hau mal rein, den Lachs. Alex, kuscht du auf die Fritteuse? Ich kipp den Teller ab. Oh. Einmal Fisch. Abwart. Wuhu. Gotcha. Sehr gut gerettet. Ich mach Fisch. Ich komm weg. Ich mach die Teller. Ja, wir brauchen einen Teller, ja. Einen Teller. Wuhu. Neun Teller. Bin aus dem Weg. Was machst du da? Abgeben, abgeben. Oh, schade. Aber wir haben es geschafft. Echt nicht getroffen? Nee, 320. Alter. Oh, what? Aber es war, wir hätten es geschafft. Naja, einen Punkt haben wir. Ja, komm, es war knapp, oder? Das war knapp, ja. Was schaffen wir? Puh. Okay. Soll ich dir da bleiben? Ich schnüppel und blieb das. Ja. Ja. Ich bring die Sachen weg. Und hol die Teller. Wuhu. 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 Wir brauchen einmal Fisch. Einmal Pommes, Freddy. Jo. Der Fisch. Cora, wir brauchen Fisch. Keine Pommes. Ja, ja. Patrick, die Pommes sind heiß und fettig. Alter. Ja. Oh nein, nicht. Ich bring, ah. Dann bring ich die Pommes weg. Ja. Ich hol Fisch rein. Ja. Wir brauchen Fisch. Hier ist auch noch ein Fisch. Oben liegt noch eine Pommes, wenn man eine Pommes braucht. Im Moment noch nicht. Also eine spritzierte, genau. Oh. Sorry. Entschuldigung. Okay. Wir haben noch ein Fisch. Jo, nech der Fisch. Oh nein, diese Rutscherei. Da ist noch ein Fisch. Guck, ich lege es da in die Ecke. Dann kommst du da. Ja, da in der Ecke ist was. Ich mach den Abwasch. Töv, töv. Ich brauch Kartoffeln. Hier liegt der Kartoffeln. Oh. Vorsicht. Ein Fisch ist fertig. Der Teller. Der Teller. Der Teller. Der Teller. Nein, nein. Weg da. Nein, chill. Oh. Oh, Jesus. Ich hab's gerettet. Teller. Nein. Ich hab's auch auf den Teller. Ich brauch noch eine Kartoffel. Hier müssen noch Pommes drauf, nech? Die frittiert sich gar nicht. Ja, ich mach's. Kannst du schneiden, Cora? Schneide doch einen Kuchen. Ja, ich muss doch. Ja, ich muss doch das retten. Das ist doch fast angebrannt. Jetzt, hör weg damit. Hier ist Pommes. Ich mach nicht ans Schneiden. Fisch. Jo, nech. Fisch? Ich hab' mal ein bisschen beim Schneiden. Oh, es sind jetzt doppelte Sachen teilweise. Jo, nech. Das macht der Nico. Oh! Fisch und Chips. Auf den Weg. Da ist er ja wieder. Sehr schön. Oh, oh, sorry. Ich helfe dir ein bisschen beim Schneiden gerade. Sehr gut, umso größer. Trink Fisch. Hoch konzentriert. Ja, ich mach's. Frisches am Machen. Ich krieg's nicht hin. Frische Fisch. Frische Fische. Frische Fische sind gute Hände. Aber komm, schneid. Schnell, Pelle. Schneid. Hast du gerade gesagt, es schneid? Ich hab gesagt, schn... Alex, kannst du das wegbringen, was da fertig ist? Ja. Ah, mach' ich den Chips nach. Wir brauchen einen Fisch. Einfach nur einen Fischchen. Und eine Pelle. Äh, Teller. Ui. Nein, ich hab eine Kartoffel rausgenommen. Wie immer. Nein. Ich leg den Teller in die Spüle, wenn ich schon den Weg mach. Ja, ich... Den anderen Teller jetzt mitnehmen kann. Hier. Äh... Hier, 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 hier. Ich kann nicht. Ich komm nicht an dir vorbei. Du bist so fett. Nein. Ja, wir haben es aber geschafft. Glaube ich, oder? Nein. Eine Sache fehlt. Eine Sache fehlt. Schnell, Nico. Schnell, gib ab, gib ab. Mach du. Ah. Oh nein. Vier Punkte. Oh Mann. Alter, vier Punkte. Oh. Digga. Oh, nochmal. Okay. Ich helfe beim Schneiden. Fisch und Chips, ja. Nur Fisch. Nur Fisch. Ja. Nur Fisch. Na, ist egal. Ich schneide alles vor. Ja, tu es aber noch nicht. Nur Fisch. Schneide mir erst mal vor. Ja, weil du kannst zu wenig. Fisch und Chips. Ja. Einmal hinrennen. Fisch kann rein. Yo. Einmal renn deine Runde. So. Äh, äh, äh. Ich bin zu fett. Sorry. Oh sorry. Wah. Oh nein. Hey. Just on the powers. Er ist fertig. Ich fang schon mal an zu spülen. Oh, warte. Warte. Lass, 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 lass. Ich hab doch hier. Achso. Ich hau ne Pommes in die Flutöse. Legt doch rein, Alar. Okay. Ähm, das war... Ich komm nicht durch. Jetzt. Passt. Alles gut. Vollgas. Fisch. Wir brauchen Fisch. Ja, gib den Teller. Aber den Doppelfisch. Alex, dreckige Teller. Yo. Ey, ich hab... Legst du hin? Ich hab keine mehr. Du kriegst alle. Du warst ja zum... Vom Tellerwäscher zum Billionär oder so. Irgendwie wo. Hast du das Fisch beschnitten? Danke. Uh, den Adam Sliden erwischt. Yay. Oh. Oh, wir haben gleich ein paar Teufel. Die können wir direkt abgeben. Ja. Sehr gut. Äh, links und Waffe. Ah. Arma drumherum. Abfahrt. Fisch ist fertig. Fisch ist fertig. Yo. Ich krieg den Fisch nicht. Scheiße. Irgendwie prutschen. Was ist mit dem Fisch? Fisch in die Fritte? Ah. Teller. Teller. Alex, Teller. Alex, Teller. Ja, 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 ja. Da hast du den Teller. Danke. Die Kacken aller. Ich hau Fisch in die Fritteuse. Und ich mach nochmal Fisch. Egal, ich mach aber die Pommes. Die nächste Pommes kommt bestimmt. Jetzt hab ich Lust auf Pommes. Kannst du den ja danken. Einmal Pommes. Die Pommes, die Pommes, die Pommes. Teller. Haben wir keine Teller? Ja, ich bin gerade am Machen. Liegst du mir da hin? Danke. Du kriegst zwei Fisch. Ich brauch eine Pommes. Kommt. Ja, du kommst. Da oben ist eine Pommes. Die nächste hau ich dir direkt schon mal rein. Ja, ich muss hier gucken, dass die Fische nicht drin ist. Oh. Oh, diese Guckler. Sorry. Bitteschön. Jetzt ist die Pommes drin. Jetzt mach ich Fisch. Oh, nein, nein, nein. Geh voll. Aber wir sollten sie geschafft haben jetzt diesmal. 360, boah, jetzt läuft's. Nur ein Fisch. Ich hab hier nur einen Fisch. Das wird nix mehr, aber. Das wird nix mehr. Nein, nein, nein. Mit der Pommes. Ach so. Ich weiß, dass du mir das kaufst. Das wird nix mehr. Mit der Pommes. Jetzt hab ich auch verstanden. Sehr gut. Okay, guck mal. Haben wir zwei gesammelt. Oh Gott, jetzt kommt's. Oh weia. Ich will nicht. Können wir nicht weiter Eislehrer machen? Ich hab Angst. Ich find's mit dem Rumrutschen auch nicht so geil, was ich sagen. Nee, ich auch nicht. Können wir jetzt gleich fünf, sechs Mal machen, wenn wir mindestens zwei Sterne kriegen. Oh nein. Oh. Ich kann dir da die Türen aufmachen. Ach du Sch... Okay, wir müssen uns erst mal anfangen. Hier, Tür auf bei mir. Tür auf. Cora, Cora, du musst dich drauf stellen. Bei uns, Tür auf. Ja, ja, ja. Ach so, ich... Weil wir müssen uns gegenseitig die Türen aufmachen. Danke. Ähm, wie mach ich das denn? Scheiße. Äh, Fleisch. Ach so, du musst den Reis rüber tun. Du musst den Reis rüber tun. Wir müssen den Reis kochen. Sag Bescheid, wenn ihr meine Tür braucht. Ähm, Cora, du musst schneiden. Das ist unsere... Guck mal, hier ist... Du musst schneiden, du musst schneiden. Da. Ich halte dir offen. Danke, ich bin drüben. Ja. Okay. Danke. Wenn ich noch mehr Fleisch kriege... Oh, diese scheiß... Diese scheiß Raps, Alter. Okay, Alter. Oh mein Gott. Cora, du hast den Teller... Oh fuck, der Reis... Auf die... Du hast die Teller. Du hast zwei hier vorne. Sind die fertig? Nee. Nee, du musst... Du brauchst das Fleisch noch. Jetzt ist eins fertig. Stimmt, du hast vollkommen recht. Oh mein Gott. Guck mal, ich stelle die Teller rüber, dann könnt ihr da direkt... Okay, Cora, du musst dich draufstellen. Der Liko muss rüber. Wir brauchen einmal das. Einmal Hühnchen. Ist fertig. Zweimal Hühnchen. Okay, ich gebe schon ab. Nochmal Tortilla. Okay. Ah, warte mal. Das Fleisch kannst du direkt der Cora rübergeben. Cora, geh durch. Ah, nee, warte mal. Ah, ihr könnt mir das Fleisch auch hinten rübergeben. Ja, das viel besser. Leute, das Zeug brennt mir hier gleich an. Jo, Cora, geh rüber. Okay. Oh Mist, jetzt komm ich nicht mehr rüber. Ja, genau. Ähm, eine Tortilla. Darf ich schon? Ja, danke. Alter. Katastrophe. Lass die mich raus, schnell. Danke. Jetzt musst du mich kurz, ich muss wiederholen. Guck mal, wir können das so machen. Cora, Cora, genau. Nico, platziere dort alles an Fleisch. Zweimal Hühnchen, zweimal normales Fleisch. Und dann können wir Cora rüberlassen. Und dann legst du es uns genauso wieder zurück. Jetzt geh rüber, Cora. Komm, hochschau, hochschau. Ja. Ich mach fürs Pass. Alles gut, wir kriegen das hier hin. Ich geb's euch jetzt genauso zurück. Einmal Hühnchen-Rap fertig. Einmal Hühnchen-Rap fertig. Noch ein Hühnchen-Rap fertig. Wenn die Cora dann fertig ist... Gehst du fertig. Gehst du fertig. Nico, gehst du holen? Ich koch einfach mal den Reis, ey. Gehst du... Okay. Einmal... Ja, danke. Okay. Jetzt kannst du das gleich da hinten holen. Ja. Ah, diese Ruckler. Braucht Teller. Da ist noch einer. Da ist einer, ja. Ja, ja. Und jetzt hast du... Ja, ja. Und jetzt musst du dich draufstellen wieder. Genau. Und jetzt kommt der Nico schon rüber. Zack. Ich brauch ab jetzt. Okay. Ich steh weg. Nein, ich meinte nicht dich. Ich meinte, dass der Typ dir das Fleisch fallen lassen soll. Ähm, okay. Ich schme... Äh, äh. Ich schmeiß einfach nochmal Tortillas rüber. Zack. Ich werfe euch gleich Reis rüber, den ihr kochen könnt. Ja. Keine Tortillas, manniko. Okay. Okay. Jo, Cora. Oh, ja. Nee, nee. Jetzt halt. Ja. Okay. Ich geh Fleisch schneiden. Hier ist nochmal Reis. Vorsicht. Wir brauchen Teller. Halt. Ja, Teller sind direkt bei Cora. Die muss sie ja nicht waschen, glücklicherweise. Oh, ja. Äh, Cora. Die ersten Raps sind wieder fertig. Schnell. Gib. Schnell. Schnell, Cora. Komm. Gib sie ab. Ja, lass mich rauslassen. Nee, das ist... Ach, Scheiße. Nein. Ein Stern. Ja, okay. Ja, wir müssen aber noch ein paar... Wir müssen ein paar Sterne machen, ne? Oh, Mann. Bei dem hier. Wir können auch wieder Eislevel machen, wenn ihr wollt. Ach, keine Ahnung. Oder halt so ein Level hier. Da war eins, wo wir noch zwei brauchten. Lass uns das probieren. Da können wir ja das da. Ah, nee, 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 nee. Fuck, es ist. Oh, Scheiße. Was haben wir denn hier? Das war das... Nee, mit dem Feuerspucker. Ja. Wo man ständig stirbt. Wir könnten da... Also, ich fand, das ist nicht schwer. Das ist wirklich nicht schwer eigentlich. Ja, von mir aus... Ich bin dabei. Wir machen das so. Nico gibt erstmal vier Tortillas... Tortillas. Tortillas rüber. Vier Tortillas. Leg sie einfach hin irgendwie. Wenn Nico das Fleisch rübergebt, gebe ich euch Reis rüber. Ja, genau. Äh, genau. Dann braucht er ja die Tür nicht. Ich gebe euch hier drei Reis hin. Am besten vier. Vier Reis. Komm. So. Perfekt, danke. Äh, jetzt hast du fünf gegeben. Egal. Sugar. Na ja, gut. Schiliging. 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 Schmeiß Reis rein, Alter. Was lasst du dir? Schiliging. Also jetzt gehe ich wieder rüber. Okay, perfekt. Ich schmeiß Alex hier alles rein. Perfekt. Ja. Geh mal her den... Schmeiß du mir dann wieder neu rüber? Und jetzt werf ich dir neu rüber, ja. Sehr gut, dann packe ich Teller unter die Rebs. Es ist... Es läuft wie am Schnückelchen. Dann lasse ich dich wieder raus, ja? Ja. Und den wieder Fleisch schneiden? Achso, ich wollte gerade sagen... Ja, okay. Reis kommen wir dann, oder? Wahrscheinlich. Oder Tortilla, ja. Beim nächsten Mal, beim nächsten Lauf wieder. Eins. Zwei. Ich bin gleich fertig. Ja, ja. Wieso, ich bin fertig. Ich las... Ja, ich lasse dich rein. Ich gebe schnell die beiden ab und dann... Gib erst mal ab in Ruhe. Dann werden wir die Teller bekommen und dann lasse ich dich wieder raus, so. Genau. Äh, aber... Genau, während du aufhüllst, würde ich wieder Reis rüber geben. Ja, warte, ich muss ihm noch Tortillas rüber geben. Okay. Sag, wenn du es nicht mehr brauchst. Alex, ich schmeiße einfach alles da rüber, gell? Cora, vielleicht gib die Cora erst mal schnell ab, weil dann haben wir Platz. Okay, jetzt, warte, jetzt Sakura. Okay. Dann muss ich ganz schnell Reis rüber geben. Ja, 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 alles easy. Okay, ja. Ähm, einen Reis haben wir noch. So, ich geh... Lass... Kurz rein. Rein, rein, bitte. Ja, danke. Bitte schön. Dann kann ich schneiden. Oh, der Reis in so eine Brühe. Das ist so eine braune, das sieht irgendwie... Ungesund aus. Das ist auch ungesund aus. Oh, die ist so unklar. Sorry. Ich hab grad fünfmal das Blättchen verpasst. Ja, der Reis ist dann fertig, alles klar. Danke. Kannst auch rohne Reis reinhauen, aber hey. Weg damit und weg... Da ist noch ein Reis... Ein Reis... Ein... Wir sind fertig. Jawoll. Warte, warte, du bekommst noch einen, du bekommst noch einen. Kori. Ja, ich hab... Kori, jetzt hab ich den Teller. Kira. Ja, ich hatte gar keinen Teller, was hab ich gemacht. Liebe. Äh, Nico? Und du bist wunderbar. Oh, scheiße. Ähm... Schocken wir noch einen. Hier ist ein Teller. Hä? Wir haben doch noch super viel Zeit. Fünf und zwölf Sekunden. Oh, sorry. Leg ihn da oben hin. So, Kora, gib einen ab. Komm, komm, komm. Nein, doch nicht einfach eine Tortilla. Nein, geh. Du möchtest essen, hallo? Eine leere Tortilla, bitte. Ich hab keinen Reis. Ich hab keinen Reis mehr. Und den Reis da rechts konnte ich nicht aufnehmen, weil der anscheinend gedroppt wurde anstatt hingelegt wurde. Ah, hey, komisch. Ja, keine Ahnung. War zwei Punkte, naja, immerhin. Komm, den letzten schaffen wir noch, oder? Das war doch gut, oder? Wir können's nochmal genauso versuchen. Ich denke, das war ganz ok. Ja, okay, ich denke auch. Wie viel hatten wir denn? 222. Na komm, das schaffen wir. Das wäre ein Ding mehr. Okay, Kora draufstellen. Erstmal draufstellen, erstmal draufstellen. Wir brauchen erstmal Tortillas. Was? Wir versuchen... Vielleicht, Nico, vielleicht hole ich die Tortillas und du legst das Zeug. Dann drückt er drauf. Dann kriegen wir das doppelt so schwer hin. Okay. Danke. Reis. 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 Uhuhu. Noch ein Reis, bitte. Das reicht. Danke. Okay. Ja, Nico, wir gucken ja drauf zu, ne? Boah, wie sich dieser Reis auch anhört. Das ist ganz leckerer... Jetzt können wir da rüber und mir aufmachen. Ja, ich bleib drauf stehen. Oh, das ist super. Ich habe keinen Platz mehr, leider. Ähm, wo hast du den... Ja, genau. Ähm... Kora, du kannst schon rüberhacken gehen. Ich gehe schneiden. Aua! Nein! Nein! Da ist noch ein Reis. Okay, Kora, komm rüber. Oh, gib erstmal ab, gib erstmal ab. Okay. Boah, kannst du... Was kann ich? Der hat wieder daneben gelegt, weil... Ist offen. Hat berufelt und der hat das Ding in die Abgabe gelegt. Nico, wir brauchen Torsillas. Ja, ja, das ist mein Weg. Ähm, ähm, Tür. Mist. Ähm, Tür? Ähm, ich gebe ganz kurz hier noch ab. Ich mache Tür auf. Okay, jetzt kannst du Reis hinlegen. Okay, danke. Boah, diese Geräusche. Ähm, Kora, du kannst direkt wieder was abgeben. Oh Gott, ich koche ein zu wenig Reis. Genau so fühle ich mich gerade. Ähm, 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 wo ist die Schleppel? Ich seh fast gar nix gerade, sorry. Das ist furchtbar. Ja, ich hab ja auch... So, ja, und... ...fetten Rockload-Löhn. Okay. Das stehend. Ja, und... Okay, komm rüber, schnell. Wir haben zwei fertig. Hui. So, ich geb schon ab. Ja, ich muss dir das rübergeben. Ja, ja, ja. Ich geb alles, was du hast. Jetzt, Akura, reiß. Ja. Ist kein Platz. Es passt nicht mehr, es passt nicht mehr. Wir müssen abgeben, was wir haben. Eins ist fertig. Zwei ist fertig. Zwei ist fertig, zwei ist fertig, zwei ist fertig! Ich hab's nicht gesehen. Mann! Das hätte eh nicht gereicht. Das hätte nicht gereicht, schade. Oh! Man ärgert sich so drüber. Oh, das ist echt anstrengend. Oh. Man ärgert sich so und denkt sich so, oh, das sind die letzten Punkte. Nein, sind's nicht. Aber wir hätten noch zwei gebraucht und das, nee. Wir hätten noch zwei gebraucht. Ich würd sagen, wir sehen uns aber in einer nächsten Folge. Okay. Vielen Dank für die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf dann. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.